beim Monitor. Man kann es für eine bodenlose Instinktlosigkeit halten oder aber für politisches Kalkül. Mitten hinein in den wohl größten Abhörskandalen der Geschichte der Bundesrepublik platzierte Innenminister Friedrich jetzt ein Papier, das eine lückenlose Überwachung der Bundesbürger ermöglichen soll. Und das ganz im Stil der NSA. Es sieht fast danach aus, als setzte der Minister darauf, dass sich ein Großteil der Bevölkerung sowieso nur am Rande für die Enthüllungen eines Edward Snowden interessiert und beim Thema Datenschutz eher wegschaut. Dabei geht es um das wichtigste Grundrecht unserer Verfassung. Um unser Privatleben, um unsere Intimsphäre, am Ende um unsere Menschenwürde. Monika Wagener, Nikolaus Steiner und Frank Kolopatzki über die neuen Pläne des Bundesinnenministers. Es ist so etwas wie der größte anzunehmende Lauschangriff. Und für einen Moment sah es so aus, als ob Normalbürger und Politiker vor den westlichen Geheimdiensten alle gleich sind. Alle wurden bespitzelt. Nach wochenlangem Abwiegeln gab sich plötzlich sogar die Bundesregierung peinlich berührt. Und selbst der Bundesinnenminister schien sich plötzlich daran zu erinnern, dass er ja auch für den Datenschutz zuständig ist. Also das Thema Datenschutz, Datensicherheit wird natürlich ein wichtiger Punkt sein. Natürlich die Konsequenzen aus der NSA-Geschichte, die wir da jetzt erleben. Die Frage, wie können wir sicherstellen, dass der Zugriff von fremden Nachrichtendiensten auf die Daten europäischer Bürger verhindert werden kann? Doch wie viel ist dem Minister der Datenschutz wert, wenn es um die eigenen Sicherheitsbehörden geht? Monitor liegt der vertrauliche Forderungskatalog aus dem Bundesinnenministerium vor, eigens für die Koalitionsverhandlungen verfasst. In dem 30-seitigen Papier ist allerdings an keiner Stelle von mehr Datenschutz die Rede. Im Gegenteil, gefordert wird mehr Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen. Enthalten ist ein neuer Vorstoß zur Vorratsspeicherung von Daten. Und besonders bekannt, die Telekommunikationsüberwachung an deutschen Internetknoten soll ausgebaut werden. Das Papier ist insgesamt doch erschreckend, weil es auf die heutige Situation überhaupt nicht eingeht. Man kann doch nicht einfach so weitermachen. Man muss doch jetzt erst mal sich mit der Situation, die durch das Ausspähen von außen entstanden ist, auseinandersetzen. Das geschieht überhaupt nicht. Und es ist immer nur von Verschärfungen die Rede. Wenn es nach dem Forderungskatalog des Innenministeriums geht, wäre es künftig möglich, die Internetkommunikation einer Person lückenlos zu überwachen. Egal ob Smartphone, WLAN oder Internetcafé. Das geht am besten an sogenannten Internetknoten. Eine der weltgrößten ist in Frankfurt bei der Firma Dikix. Schon jetzt darf der BND an solchen Internetknoten für die Auslandsüberwachung bestimmte Daten filtern. E-Mails, Anrufe, Faxe, auf bestimmte Wörter hindurch suchen. Doch bislang wird die Sammelwut der Dienste eng begrenzt. Die jetzt geforderten Maßnahmen gingen viel weiter, sagen Experten. Mich hat es sehr gewundert, dass die neuesten Erkenntnisse von Herrn Snowden, dass jetzt auch die Kabel und die Netzknoten im Internetverkehr, dass die überwacht werden, jetzt sofort die Fantasie des Innenministeriums bedient hat, eben jetzt auch die Netzknoten verstärkt zu überwachen. Was da dahinter steckt, ist eben Massenüberwachung, dass also nicht gezielt einzelne Kommunikationen rausgezucht werden, sondern im Prinzip wirklich die gesamte Kommunikation eines Netzknotens überwacht werden soll. Das ist NSA-PUR. Massenhafte Überwachung des Internets? Wer kontrolliert dann die Sicherheitsbehörden? Ulrich Maurer ist Mitglied in der G10-Kommission, einem vierköpfigen Gremium, das Überwachungsmaßnahmen der Geheimdienste genehmigen muss. Wäre diese parlamentarische Kontrolle dann überhaupt noch möglich? Wie man das dann noch anhand kontrollieren und überwachen soll, ist mir völlig unklar, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob die die Vorstellung haben, dass dann so eine Kommission einen sozusagen Ermächtigungsbeschluss für die Abgreifung aller Knoten zu allen Zeiten fasst. So müsste es dann laufen. Kann man ja dann nicht mehr auf Einzelfälle beziehen. Eine völlig absurde Vorstellung. Ich halte das eigentlich für instinktlos, das jetzt so ohne weiteres zu machen. Also an Methoden doch irgendwo sich anzuschließen, die gerade heftig, zu Recht heftig kritisiert werden. Statt auf Datenschutz setzt die Bundesregierung offenbar lieber auf die Interessen der Sicherheitsbehörden. Die Dienste machen Druck, weil sie Überwachungslücken jetzt technisch schließen können. Ausgerechnet der britische Geheimdienst bescheinigt dem deutschen BND sogar ein riesiges technologisches Potenzial und einen guten Zugang zum Herzen des Internet. Und die Briten helfen den Deutschen offenbar auch lästige deutsche Gesetze zu umgehen, heißt es zumindest in dem internen Geheimdienstvermerk. Wir haben dem BND geholfen, Argumente für eine Reform oder Neuinterpretation der sehr restriktiven Überwachungsgesetze in Deutschland zu finden. 70 Prozent der Deutschen interessiert eine Massenüberwachung ihrer Daten laut Umfragen nicht. Man habe ja nichts zu verbergen. Angesichts von Millionen Daten und zigtausend Suchbegriffen, mit denen Dienste das Netz durchforsten, ein fataler Irrtum, meint der britische Geheimdienstexperte Richard Aldridge. Es besteht das Risiko, dass Menschen unter Verdacht geraten, obwohl sie völlig unschuldig sind. Die stehen dann plötzlich auf einer No-Fly-Liste und dürfen nicht mehr in die USA einreisen. Oder es wird ihnen eine Anstellung verweigert. So was kann ihnen passieren. Weil Geheimdienste wie jede andere Organisation auch mal Fehler machen. Und diese Fehler haben dann gravierende Folgen für die Menschen. Und nicht nur das. Der Datenhunger der Dienste sei auch eine Gefahr für die Demokratie. Die andere Gefahr beim massenhaften Anzapfen, bei der massenhaften Überwachung ist, dass man möglicherweise sein politisches Verhalten ändert. Nehmen wir an, sie denken darüber nach, sich einer Protestgruppe anzuschließen, an einem Protestmarsch teilzunehmen, oder eine Petition zu unterschreiben. Wenn sie dann aber im Hinterkopf haben, dass das aufgezeichnet werden könnte, dann ändert das möglicherweise ihr Verhalten. Für Innenminister Friedrich ist das offenbar kein Thema. Auf unsere Nachfragen bekommen wir auch keine Antwort. Ohne Zweifel ist das Internet eine Herausforderung für den Datenschutz. Für den Datenschutzminister aber ist es anscheinend vor allem eine Pfundgrube. Für mehr Überwachung. Zum Thema NSS-Skandal haben wir übrigens ein langes Interview mit Ergon Bahr geführt, dem großen Vordenker der SPD. Wir haben es in voller Länge für Sie ins Internet gestellt, dringend zu empfehlen unter monitor.de.